Aber die Handelskriege, das hatten wir auch resümiert, die werden wahrscheinlich nicht verschwinden und sind großartig doof, schwachsinnig und erinnern an die Smooth-Hawley-Tarife in den Jahren 29 und 30, die auch wesentlich dazu beigetragen haben, dass wir die schwerste Depression der wirtschaftlichen Neuzeit und den größten Crash aller Zeiten erlebt hatten. Die Erfolgsformel des bekanntesten Ex-Hedgefondsmanagers Deutschlands. So streichen auch Sie satte Gewinne ein. Warum Ende 2020 die Stunde der Wahrheit ist. Was jetzt in Ihr Portfolio muss. 26. Oktober 2019 Ja, ganz herzlich willkommen zum zweiten Teil heute. Zu der Thematik, es könnte ordentlich knallen an den Märkten im nächsten Jahr. Wir hatten zuerst gesagt, die politischen Risiken über die Demokraten an sich könnte es dazu führen, dass einige Sachen, die Trump in Bewegung gebracht hat, tatsächlich den Märkten schaden könnten, wie eine Steuer auf Superreiche, wie eine Minimumsteuer von 7% auf alle Unternehmen, die 100 Millionen verdienen, dass nicht milliardenschwere, profitabelste Unternehmen noch Steuerrückerstattung vom Staat bekommen oder Null Zinsen zahlen. Amerika ist die größte Steueroase weltweit bei weitem. Und diese Faktoren können ja laut Stan Druckenmiller, dem begnadesten Investor der letzten vier Jahrzehnte, und das lässt sich verifizieren, Durchschnittsreturns um die 30% und soweit ich mich erinnern kann, nur lausige vier Quartale mit übersichtlichen Verlusten, unvorstellbar gut. Ich empfehle auch alle Videos von Stan Druckenmiller zu diesem Thema. Aber die Handelskriege, das hatten wir auch resümiert, die werden wahrscheinlich nicht verschwinden und sind großartig doof, schwachsinnig und erinnern an die Smooth-Hawley-Tarife in den Jahren 29 und 30, die auch wesentlich dazu beigetragen haben, dass wir die schwerste Depression der wirtschaftlichen Neuzeit und den größten Crash aller Zeiten erlebt hatten. Jetzt geht es um ein ganz anderes Thema, es ist eine gewisse Bestandsaufnahme. Wie steht es denn wirklich? Die Zinsen sind markant reduziert worden in den USA und bei uns sind sie ja in Europa, auch in der Schweiz, deutlich im negativen Bereich. Das müsste doch ein bisschen Bewegung bringen, auch in den USA, aber wir fangen mit den USA an. Das ist ein Land von Dienstleistungen, das produzierende Gewerbe ist nicht besonders stark, aber wir haben die schwächsten Zahlen in der Produktion seit 2012 kontrahierend, eindeutig rezessiv. Sollten denn nicht die amerikanischen Unternehmen davon profitieren, dass nicht mehr so viele Güter aus China nach Amerika geliefert werden? Das scheint ja überhaupt nicht zu klappen. Und wenn man jetzt auf diesen allmächtigen großen Dienstleistungssektor schaut, vom September, Oktober, vor einem Jahr bis heute, der ist auch kollabiert von 63 auf 52 und eine Analyse, eine Datenmenge unter 50 suggeriert dort auch Rezession. Und die wirtschaftliche Schieflage ist ja noch viel ausgeprägter bei uns in Deutschland. Und das manifestiert sich ja nicht nur im Automobilbereich, sondern auch im Bereich Stahl und natürlich auch im Baumaschinenbereich. Das sind monumental wichtige Bereiche bei uns. Das ist eine deutsche Krankheit, aber man sagt ja immer noch, man wird an der schwarzen Null nichts machen. Das muss man auch nicht, weil sie wird wahrscheinlich in der zweiten Jahreshälfte des nächsten Jahres nicht mehr schwarz sein, sondern rötlich oder zumindest orange gefährt. Weil bei hohen Ausgaben steigen Ausgaben im Militärbereich, die sind super unproduktiv. Auch, ich habe jetzt keine Meinung dazu, höheren Ausgaben im Umweltschutz finde ich prinzipiell gut. Aber rein mathematisch ergeben sich hier Faktoren auch mit niedrigeren Steuereinnahmen im kommenden Jahr. Und vielleicht auch etwas Nervosität bei Immobilien, weil wir sollten doch mal bitte festhalten, dass in London und New York City real in den Ballungsgebieten die Immobilienpreise um ca. 15% in einem Jahr gefallen sind. Und trotz fallender Zinsen wäre das bei uns auch denkbar. Es gibt immer in Deutschland, in denen bereits 30% der verfügbaren Einkommen für Mieter gezahlt werden. Da ist vielleicht doch noch Raum nach oben. Aber auch dort wird die Luft dünn. Das Europa, das wir kennen, mutiert immer mehr zu einem japanischen Sklerosebeispiel. Und jetzt kommt die zentrale Frage. Man erwartet ein Soft Landing bei den Investoren, sonst wären die Börsen nicht so wahnsinnig hoch. Das basiert auf der klassischen Formel der hohen Korrelation. Fallende Zinsen und signifikant erhöhte Geldmenge erklären ungefähr 90% der Aktienbewegung immer noch. Dazu kommt natürlich auch noch die Überlegung, dass dieser Trend sich fortsetzt. Man kann auch nicht richtige Crashs finden, in denen die Zinsen zuerst gestiegen sind. Nicht zuerst gestiegen sind und dann die Märkte kollabierten als Auslöser. Ist es überhaupt denkbar, dass wir einen Crash bekommen im nächsten Jahr mit einer, sagen wir mal, wenig inspirierenden Wirtschaftsentwicklung? Ich halte das für möglich, wobei ich das Crash-Thema eher bei 30-40% sehe. Also wie im vierten Quartal ein Rückschlag von 2018 oder wahrscheinlich ein Abnagen an der Wirtschaft. Mehr Stress im produzierenden Gewerbe in Europa. Weiterhin Wirtschaftskrise. Politische Unsicherheit. Schlechte Performance der Mainstream-Parteien. Diese Faktoren sind nicht gerade ein gesundes Terrain für langfristige Unternehmensplanung und Investitionen. Und vielleicht sollte ich das abschließen mit Gesprächen, die wir in den letzten drei Wochen mit drei der größten und bedeutendsten Sanierer und Insolvenzverwalter geführt haben. Die werden zugeschissen mit Arbeit. Die haben teilweise 30 Jahre Sanierungs- und Verwertungserfahrung bei Insolvenzen. Die sind voll ausgelastet. Die sagen mir aus ihrer Erfahrung, dieser Trend dreht nicht. Und wir kommen gleich im nächsten Teil, am nächsten Dienstag gehen wir auf die investiven Konsequenzen zu. Weil im Gegensatz zu den politischen Märkten von 2018 bin ich der Meinung, auch unser Investment-Team, unser Börsenbrief-Team, dass wir hier doch ganz klare Chancen haben, mit steigenden, teilweise steigenden, stabilen Kursen richtig zu liegen und doch von fallenden Kursen profitieren könnten. Und das ist auch nicht unethisch. Es geht nämlich darum, dass Sie Ihr Vermögen durch die Krise halten, weil Sie sollten nicht zu denen gehören, die 358 Milliarden Wertverlust in den letzten zehn Jahren hatten, durch künstlich niedrige gehaltene Zinsen. Gehören Sie bitte nicht zu den Verlierern und schalten Sie sich in das nächste Video in sieben Tagen ein. Bis zum nächsten Mal, alles Gute, euer Florian und Tschüss.